Und dann sind wir doch schon wieder mit Green Project. Mal schauen, was wir heute machen. Neue Aufnahmesession. Ich bin jetzt selber etwas verwirrt. Schnauze durchzuschauen. So haben wir es an. Wir haben gar nichts mehr. Hier läuft auch nichts, aber das sieht aber alles recht gut vollgestopft aus. Ich könnte noch Wurmspiesse machen, aber ich habe jetzt natürlich keine grosse Lust. Ich glaube, der Schlauch macht einfach noch ein bisschen Mais. Was ist das? Maiskuchen. Gekocht auch Mais. Okay. Ein Kundeabt bin ich nicht wahnsinnig erfolgreich. Ich habe es noch gesehen. Das sind noch ein bisschen mehr drin. Aber ich denke, wir schauen jetzt gleich noch die Tierzucht an. Da habe ich wirklich null Ahnung. Tötliche Fall ist klar. Da würden wir die Kille im Einwand nicht tötliche Fallen machen. Hier in Futter, Rattenfutter, Schweinefahre. Mutantenessen? Keine Ahnung. Also ich gehe noch den Fuss, muss die Gefangene und dann... Boah, das sind 20 Stück. Stutz 20 Stück. Das kostet 5 Gitter, 50 Nägel und Stein. Das mache ich eigentlich fast schlauer als Stein. Ich glaube auch. Also, jetzt machen wir zuerst mal Fallen. Da brauche ich eine Blanke und eigentlich so ziemlich alles, was mit Eisen zu tun hat. Blanke habe ich natürlich keine mehr. Ich rufe sie jetzt hier für mich. Ich rufe sie nicht. Das ist das ganz schön. Ein Fall, um Ratten und andere Tierleben zu fangen und dann zu töten. Und was ich noch will schauen wäre, Schweinefallen. Da braucht man Stoff und Hand. Seil mit Stoff sein. Das Geräusch haben wir schon alle vermisst und das alles übertömen. Okay, was ich jetzt nicht weiss ist, ob ich das Futter brauche. Wo auch immer ich das jetzt angetan habe. Ich nehme es einfach mal mit. Schau mal. Ich würde sagen, ich platziere es gerade da unten. Äh, wieso kann ich es so nicht platzieren? Mysteriös. So. Äh, ich hätte gerne ein Huhn. Wenn ich jetzt Huhnfutter reinmache. Das scheint nicht zu klappen. Wir haben noch Rattenfutter. Rattenfutter. Er will schon Ratten halten. Also, dann gehen wir mal raus, was passiert. Einfach zu. Machen wir noch die Schweinefallen neben die Zone. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Ich hätte in das Gehege machen müssen. Und schlau weiss würde ich eigentlich gerade das unten nutzen, was da schon steht. Und da unten eben so. Einchen. Vorher ich von den Bäumen präsent gesagt hätte. Ich kann mal raus, das braucht man. Nur gleich ein Holz zu machen, dass es optisch besser passt. Holz. Nein, gut, nicht so. Okay, das wären mal 20 von diesen Kerlis. Und dann. Ach so, ist es tot, genau. Okay, mehr Nebel. Ah, was haben wir doch noch viele Brüche. Dann geht es nicht mehr. Genau. Also, haben wir... Ah, das haben wir schon gemacht. Also, haben wir... So, Dali. Dann müssen wir eigentlich alles haben. So, rein in Theorie zumindest. Ähm... Ach so, Salzstein gibt das, genau. ... Müsst so passen. Dann machen wir es noch schnell durch. Jetzt ist einmal Zeit für den Tee. Ein bisschen Wasser. Und vier Tage machen wir noch... ein bisschen Mais dazu. Das ist meine, die Axt ist wieder weg. Aber die ist einfach nicht ohne ihn. Das ist gut. Gefangen. Aber noch nichts. Wie gross muss jetzt das Kekse sein? Ah, ich hasse das. Da musst du echt, wie noch hab ich draufpassen, dass da mal ein Zeug drauf gebraucht ist. Echt schwierig zu sagen, oder? Machen wir da mal ein bisschen Platz. Ich heisse auch gar nicht, dass das hier nicht grünen, weil es da noch so Gebüsse hat. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel so irgendetwas gebaut. Und da müssen wir auch... Und da müssen wir auch... Und da müssen wir auch... Drei kann mir... Minus... Erachtens... nicht... Ah, da müssen wir jetzt alles wegmachen. Okay. Die steht irgendwie gar in der feiner Linie. Ich probier mal das Tor. Ist das so ein bisschen Trial and Error. Ja. Du, gleich muss Speichels mit mir angekappen, wenn ich es da hinten scheisse mache. Das geht schon mal nicht. Das heisst, ich kann die gar nicht brauchen, da die Elementum Speichel. Die muss es nicht irgendwo anliegen. Also, ich habe gespeichelt. Das probieren wir einfach mal aus. Ich baue jetzt einfach mal irgendwo irgendetwas. Mhm. Okay. Ah, das Tor muss ich reinbauen. Okay. Ah, das Tor muss ich reinbauen. So. Perfektes Gefangenis für unsere zukünftigen Tiere. Und wenn ich jetzt das Tor hier reinbauen möchte... Ah. Ah, cool. Okay. 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 Ich lasse mal hier stehen. Mal schauen. Okay. Was jetzt sicher auch noch sinnvoll ist, abgesehen davon, dass wir mal Dünger machen, ist... Ähm. Moment. Ich schau mal. Eichhörnli. Da ist scheiße. Ähm. Futter. Ich würde sicher Futter brauchen. Okay. 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 Dann mache ich aber dort unten noch Kiste hin. Jetzt gehen wir mal schauen. Oh. Und hier habe ich genug Platz. Die muss ich nicht ersetzen. Oh. Das ist natürlich eine coole Sache. Okay. Dann schmeissen wir schon mal hier. Dann können wir mal die Arbe ein. Dann gehen wir einfach direkt hinzu. Ich mache ja eh nur 10 Minuten. Dann machen wir einfach noch eine eise Kiste von unten. So. Und das ganze Tierfutter rein schmeissen. Ich schaue nachher in den Haus. Ähm. Dann musst du den Komposthaufen anwerfen. Ah. Das reicht ja geheim nicht. Jetzt glaubst du es selber nicht. Es hat genau einen. Mal noch den Baum weg. Der kann ich weg machen. Der ist eh schon komplett ausgegangen. So. Mal einsammeln. Ding, 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 ding. Kamille. Ich glaube auch neuer. Ich habe mich gar nicht erinnern. Ich muss noch mal schauen. Das Rezept gibt es in Kamille Tee. Zum Beispiel wäre ihnen genau liegend. Sonst haben wir genug. Sehr schön. Dann läuft das. So machen wir. So machen wir jetzt wirklich mittlerweile mega viel. Gut. Dann machen wir jetzt noch in das Aufbewahrungsteil für unten. Mal schauen was ich billig machen kann. Ähm. Das Futter könnte dann schnell wohnen. Hier brauchen wir Bohnen. Einer Ratten brauchen Mess. Schwein Röbem. Röbememaisbohnen. Schmerzgeht mal. Merk das mal. Boi das mal schnell. Irgendetwas, die bei uns Exporten occupy es. am liebsten. Der ist easy, oder? Und dass sie sicher jetzt wieder drin war, kann man wahrscheinlich... niemand sagen. Ausser das lustige Spielsab. Gut, machen wir dann einen Cut und dann geht's morgen da unten weiter. Ähm... Bis dann. Oder... Nein, ich stelle noch auf, weil eventuell mache ich einen längeren Cut. Moment, falsche Ansprache. Und zwar aus einem einfachen Grund, dass das nachher aufwarten muss, oder? Oh, scheiße. Es ist Nacht. DING 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 4, 5... Lass uns zuerst muss hören liegen. Der Törnchen, der Törnchen, dann schlafen. Okay. Und dann... Ne, komm, ich mach gleich einen Cut.